Herzlich Willkommen zu einem neuen Hofbau Video hier auf der Erlngrat. In diesem Video werden wir den Hofbau, den ihr jetzt gleich seht. Und ja, auf dem werde ich dann auch ein Let's Play machen. Und wieso, dass ja auch alle anderen Let's Plays nicht gekommen sind, seht ihr im Video, welches gestern auf meinem Kanal kam. Also, ich wünsche euch viel Spass, beim Video wieder Hofbauern wird. für mich auf jeden Fall an, wenn es zur Regierung geht. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.